Herzlich Willkommen bei Carmenanda ganzheitlich gesund. Hast du einen Vitamin B1 Mangel? Das ist die Frage und darüber erzähle ich heute mal ein paar Dinge. Warum Vitamin B1 so wichtig ist, wie oft man es zu sich nehmen sollte, wo es enthalten ist, wie viel am Tag notwendig ist, wie auch Vitamin B1 im Labor bestimmt werden kann, wer von einem Vitamin B1 Mangel betroffen ist, was Benfotiamin ist und wann vermehrt Vitamin B1 eingenommen werden sollte. Mein Name ist Karl Hartner, ich bin Arzt und behandle seit über 18 Jahren unter anderem mit der Ernährungsmedizin, zu der natürlich auch das Vitamin B1 gehört. So, dann darf ich hier noch kurz was einblenden, bevor ich beginne. Das muss sein. Die hier angebotenen Informationen und Empfehlungen gehen ausschließlich der allgemeinen Information. Sie ersetzen in keinem Fall die persönliche Konsultation bei einem Arzt oder Heilpraktiker und von einer Eigenbehandlung ohne ärztlichen und therapeutischen Rat eingeholt zu haben, ist abzuraten und Haftungsausschlüsse sind daher ausgeschlossen. So, jetzt fangen wir mal an. Ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht. Darf ich ein bisschen reingucken. Die Quellen hierzu sind unter anderem von meinem geschätzten Kollegen Herrn Dr. Bodo Kuklinski, aber auch zum Teil aus Wikipedia. Und fangen wir mal an. Vitamin B1 ist ein wasserlösliches Vitamin, nicht so wie Vitamin A, D, K und E. Das sind fettlösliche Vitamine. Das gehört zu den wasserlöslichen Vitaminen und ist sowohl in tierischen als auch in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten. Und es ist unter anderem extrem wichtig für die Verwertung von Kohlenhydraten, was ja viele auch viel zu viel essen. Aber auch für die Nerven und für die Mitochondrien zu Energiegewinnung. Und Vitamin B1, das heißt auch Thiamin, meines Erachtens nach das erste Vitamin, das entdeckt wurde, kann der Körper nur vor kurzer Zeit speichern. Und deswegen ist es wichtig, dass man es regelmäßig einnimmt, um einen richtigen guten Blutspiegel aufrecht zu erhalten. Und die empfohlenen Tagesdosierungen wären so 1 bis 1,2 Milligramm pro Tag für Erwachsene. Und Schwangere sollten das auf 1,4 Milligramm pro Tag erhöhen, das Thiamin. Allerdings komme ich noch auf die entsprechenden therapeutischen Dosierungen, weil das ist häufig ein bisschen wenig. Ganz kurz noch zum Historischen über Vitamin B1, das muss auch sein. Da hat ein niederländischer Arzt, der hieß Christian Eichmann, eine Beriberi-ähnliche Erkrankung 1897 beschrieben. Und zwar, das war die erste A-Vitaminose, also wenn ein Vitamin quasi vollständig fehlt, die beschrieben wurde und zwar in einer Studie, in dem er die Versuchstiere mit poliertem Reis gefüttert hat und hat in diesem Zusammenhang das Vitamin B1, Thiamin entdeckt und dafür auch 1929 den Nobelpreis verliehen bekommen. Und Beriberi ist eine Erkrankung mit verschiedenen Symptomen. Und zwar Nervenentzündungen, Ödeme können dabei sein, Herzprobleme können entstehen und die sind wiederum auf einen Mangel an Vitamin B1 zurückzuführen. Und 1926 hat das Thiamin als erstes ein Petrus Janssen und Frederik Donat isolieren können, das B1, aus der Hülle des Reiskorns, nämlich in der Hülle vom Reis enthalten, wenn der Reis dann so blanchiert wird oder wie sagt man da, also ja, Moment, also weißer Reis eben, dann fehlt das Vitamin B1 da drin. Und das hat der dann genannt, Aneurin, für antineuritisches Vitamin haben die das genannt, das Vitamin B1, Aneurin. Aber auch Alkoholismus, wer zu viel Alkohol trinkt, das kann eine Beriberi-artige Erkrankung hervorrufen bis hin zu einer Wernicke-Enzephalopathie, das ist eine Gehirnschrumpfung. Und das hat unter anderem etwas mit Vitamin B1 und einem Mangel zu tun. Und ein Vitamin B1-Mangel kann eben vor allem die Zellen- und Organsysteme mit einer hohen Energie, mit einem hohen Glukosestoffwechsel betreffen, wie zum Beispiel Muskelzellen, Herzmuskelzellen, Nervenzellen. Und ein Mangel kann tatsächlich zu lebensbedrohlichen Zuständen führen, die aber allerdings dann relativ schnell abklingen können, wenn Vitamin B1 zugeführt wird. Warum ist Vitamin B1 denn so wichtig? Habe ich ja schon gesagt, dass für die Nerven und energiereiche Zellen ist es unabdingbar und somit können bestimmte Symptome und Erkrankungen bei einem Vitamin B1-Mangel entstehen. Also wenn jemand einen starken B1-Mangel hat, dann können tatsächlich Störungen im Kohlenhydratstoffwechsel entstehen, aber auch im Nervensystem bis hin zu einer Polyneuropathie. Auch Depressionen und Reizbarkeit, Melanchonie, psychische Störungen, Müdigkeit, Sehstörungen, Appetitlosigkeit, Konzentrationsstörungen, bis hin zu Muskelatrophie sogar, Blutarmut, Kopfschmerzen, Gedächtnisstörungen, bis hin zum Korsakoff-Syndrom, das sind Gedächtnisstörungen mit Amnesie, das haben auch häufig Alkoholiker häufig vergesellschaftet mit der Wernicke. Erkrankungen, Verwirrungszustände, Herzversagen, Tachykardie, also Herzrasen, Ödeme, niedriger Blutdruck, Kurzatmigkeit, auch das Immunsystem kann geschwächt werden. Antikörper werden dann verringert gebildet, die so wichtig sind und eine verringerte Energieproduktion, wie ich schon sagte, mit schwacher Muskulatur. Auch Alzheimer-Patienten, hat man gesehen, zeigten in Studien einen verminderten Glucose- und Sauerstoffstoffwechsel, also eine Verwertungsstörung im Gehirn, die mit einem Vitamin B1-Mangel einhergehen können. Das haben mehrere Studien und Publikationen gezeigt. Der Mangel könnte nicht nur die Folge, sondern auch die Ursache der Krankheit sein, der Mangel an B1. Und Vitamin B1 wird auch als Nervennahrung tituliert und ist bei ca. 25 verschiedenen enzymatischen Prozessen zur Energiegewinnung aus den Kohlenhydraten beteiligt. Und wenn jemand zu viel Kohlenhydrate isst, insbesondere so schnell verwertbare Kohlenhydrate, wie auch zum Beispiel Weißbrot oder industriell verarbeitete Kohlenhydrate, dann verbraucht der Körper unter Umständen mal rucki, zucki, sämtliche Vitamin B1-Reserven. Unter anderem auch aus dem Grund, weil die Fette gebildet werden aus den Kohlenhydraten. Und dazu braucht der Körper auch Vitamin B1. Das gleiche gilt beim Alkoholkonsum übrigens. Und Vitamin B1 wird auch für den Zitratzyklus, also der Zitratzyklus in den Mitochondrien zur Energiegewinnung benötigt. Das ist ganz wichtig, da wird das Coenzym A unter anderem hergestellt. Und übrigens Stechmücken mögen den Geruch von Vitamin B1 nicht. Vitamin B1 wird auch durch den Schweiß abgesondert, aber dieser Effekt mit den Stechmücken tritt erst bei einer Aufnahme von Vitamin B1 von über 1000 Milligramm pro Tag ein. Und das ist ganz schön viel, 1000 Milligramm. Mangelerscheinungen können, ich sage es nochmals, die Herzkranzgefäße betreffen, zu Herzrhythmusstörungen, Atemnot und Beklemmungsgefühlen führen. Und man hat festgestellt, dass bei vielen Herzpatienten der Vitamin B1-Spiegel deutlich erniedrigt ist. Und starke Defizite können auch gespürt werden durch so Krippelparästhesien in den Händen, in den Füßen. Das sind dann so Nervenprobleme, Muskelschmerzen, aber auch Nervenentzündungen per se. Gerade auch bei Fibromyalgie-Patienten und Erschöpfungspatienten sehen wir das häufig. Und es kann ein bisschen zu psychischen Störungen und Depressionen kommen. Und wir sehen tatsächlich hierzulande einen weit verbreiteten Vitamin B1-Mangel, eine Unterversorgung durch unter anderem einen Mangel an Vitamin B1 in den Nahrungsmitteln, durch jeglichen Stress, aber auch durch körperliche Überlastung und eben dem Alkoholkonsum. Viele Leute trinken tatsächlich regelmäßig zu viel Alkohol. Den würde ich auf jeden Fall mal raten, an ihr Vitamin B1 zu denken. Jetzt gibt es auch einen leichten Vitamin B1-Mangel. Und da hat man immer so diffuse Symptome, wie zum Beispiel Müdigkeit, Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen, und Verdauungsprobleme. Aus diesem Grund wird ein echter Vitamin B1-Mangel häufig gar nicht erkannt. Und Vitamin B1 bildet auch mit Vitamin C und L-Cystein eine starke antioxidative Wirkung gegen Acetaldehyd. Das entsteht unter anderem beim Alkoholabbau wiederum. Das ist ein ganz starkes Radikal. Im Körper und auch ist auch im Smog und im Zigarettenrauch enthalten. Also auch Raucher sollten auf ihren Vitamin B1-Haushalt bitte achten. Und wie oft sollte man denn das Vitamin B1 einnehmen? Also es sollte täglich zugeführt werden. Da es wasserlöslich ist und tatsächlich nicht arg lange im Körper bleibt. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wer dann zu viel Kohlenhydrate isst, der braucht einfach mehr Vitamin B1, aber auch Alkohol, Zigarettenrauch, Stress und so weiter verbrauchen. Vitamin B1. Und wo ist es denn enthalten in Nahrung, wenn die Nahrung das noch enthält? In Reisklaie ist es drin, in Hefe ist es drin, auch in Bierhefe, in Weizenkeimen, Sonnenblumenkernen, aber auch in Vollkornprodukten, Vollkornprodukten, Vollkornreis, Haferflocken, Pinienkernen, im Muskelfleisch, insbesondere offensichtlich im Schwein und in Hülsenfrüchten. Da muss man dann aber auch gucken, wie viel ist denn da ist tatsächlich drin. Da kann man einfach mal in der Nährwerttabelle schauen, wer jetzt kein Vitamin B1 zusätzlich einnehmen möchte als Supplement. Und wie viel ist am Tag notwendig? Also Thiamin hat, man sagt, eine große therapeutische Breite. Das heißt, da kann man von wenig bis viel verabreichen als Therapeut. Und in Tierversuchen hat man gesehen, dass selbst eine hundertfach erhöhte Dosis über drei Generationen ohne Nebenwirkungen vertragen wurde. Nur Vorsicht bei Injektionen, also per Infusion. Ich habe das in unserer Praxis schon oft gemacht, aber da geben wir ganz geringe Dosierungen. Da kann es dann auch mal zu allergischen Reaktionen, Schockzuständen, Atemnot kommen. Und davon würde ich dann eher mal abraten. Also wenn, dann bitte oral einnehmen. Und am besten als das gewebsgängige Pro-Truck Benfotiamin. Das gibt es nämlich auch. Das Benfotiamin, das ist eine fettlösliche Vorstufe vom Vitamin B1. Man sagt auch Pro-Truck, Pro-Truck dazu. Und es wird im Organismus, im Körper, ganz schnell in das wirksame Vitamin B1 aufgespalten. Und das fettlösliche Benfotiamin hat eine sehr hohe Bio-Verfügbarkeit und ist besser gewebegängig. Und da auch beim Verzehr von hohen Mengen Vitamin B1 keine nachteiligen gesundheitlichen Folgen beobachtet wurden, oral aufgenommenes Vitamin B1 wird über den Urin ausgeschieden, hat das Bundesinstitut für Risikobewertung auf eine Festlegung von Höchstmengen verzichtet. Und bei oxidativen und nitrosativen Stress, das ist ja ganz ganz starke oxidative Zellstress, sollte Vitamin B1 doch verordnet werden. Und am besten, wie gesagt, als Pro-Truck Benfotiamin, aber auch bei mitochondrialen Störungen, Erschöpfung und so weiter ist Benfotiamin unerlässlich. Und das sind Dosierungen dann ganz gut bis zu 500 Milligramm am Tag. Meistens werden deutlich weniger verabreicht. Und gerade die 500 Milligramm sind notwendig, wenn ein nitrosativer Stress da ist. Also wenn zum Beispiel das Nitrothyrosin im Labor stark erhöht ist, was wir häufig in unserer Praxis sehen. Und das Nitrothyrosin ist eine gemeingefährliche Substanz und die hemmt auch die Pyruvate-Dehydrogenase. Wer sich ein bisschen auskennt in der mitochondrialen Medizin, Pyruvat, muss ins Mitochondrium rein, um daraus Energie zu gewinnen. Und die Pyruvate-Dehydrogenase ist da eines der wichtigen Enzyme. Und der nitrosativer Stress hemmt diese Pyruvate-Dehydrogenase und dies führt wiederum zu einem Vitamin B1-Verlust. Da muss also dann doch deutlich mehr verabreicht werden. Auch bei Diabetes zum Beispiel sind Vitamin B1-Verluste sehr hoch. Und ohne eine Vitamin B1-Supplementierung oder einen Ausgleich über die Nahrung ist eine gute Zuckerverwertung gar nicht möglich. Auch bei den Diabetikern. Und die deutsche Gesellschaft für Ernährung, habe ich vorhin schon gesagt, empfiehlt circa ein Milligramm Vitamin B1 täglich, vielleicht etwas mehr, bis zu 1,2. Therapeutische Dosierungen von 250 Milligramm sind aber dann tatsächlich doch häufig notwendig. Wie gesagt, Vorsicht bei Injektionen, also wenn dann bitte oral einnehmen und am besten als Benfotiamin. Auch Schwangerschaften, Stillzeit, höheres Alter, Rauchen, Alkohol, Zivilisationskost, Diabetes, Leistungssport und so weiter erhöhen den Bedarf an Vitamin B1. Auch übrigens starkes Schwitzen. Und wie kann man Vitamin B1 im Labor bestimmen? Da zeige ich jetzt mal ein Moment Wo habe ich es? Ein Bild Eine Sekunde bitte So, hier habe ich es. Hier ist zum Beispiel mein Laborbogen. Und das kann man hier einfach ankreuzen. Ich male es mal hin, so. Hier ist es Vitamin B1. Das kann man einfach ankreuzen. Das wird im EDTA-Röhrchen. Das ist ein ganz kleines Röhrchen. Einfach abgenommen. Man hat auch das bioaktive Vitamin B1 in vielen moderneren Laboratorien, die sich darauf spezialisiert haben, auf die orthomolekulare und mitochondriale Medizin, wie man hier sieht. Und ich zeige auch nochmals die Kosten, wie viel das dann kosten würde. Habe ich ein Bild gemacht hier. Das wären die Kosten. Hier sehen wir es Vitamin B1. Und das kostet dann im Labor 33,22 Euro. Das variiert natürlich ein bisschen von Laboratorium zu Laboratorium. Aber es sind um die 30 Euro rum. Und das bioaktive würde 22,15 Euro kosten. Aber ich würde einfach mal dann das obere hier nehmen. Und dann kann man das einfach vom Arzt oder Heilpraktiker abnehmen lassen. Dann bin ich fast am Ende angekommen. Ich wollte noch eines sagen. Also wie gesagt, es ist extrem wichtig, auf das Vitamin B1 zu achten. Und das Problem ist, dass wir eben doch einen flächendeckenden Mangel, mehr oder weniger, also Defizite haben, von Vitamin B1. Weil einfach die Nahrung, die Nährstoffdichte in der Nahrung runtergegangen ist in den letzten Jahrzehnten. Durch die Verarbeitung der Nahrung, durch die Verarmung der Böden, durch die viele Spritzen von Glyphosaden und Pestiziden, künstlichen, synthetischen Düngemitteln und so weiter und so weiter. Das ist natürlich keine gute Entwicklung. Und da sind wir wieder beim Thema. Da sollten wir ein qualitativ hochwertiges Präparat nehmen. Ich muss sagen, ich habe schon Patienten gesehen, die haben Vitamin B-Komplexe eingenommen, die jetzt nicht so der Hammer waren. Das haben wir dann auch im Labor gesehen. Da sollte auf eine gute Qualität auch geachtet werden. Und wen es interessiert, ich habe hier nochmals ein Bild gemacht. Hier von Abmed. Wer das noch nicht kennt, das kann man einfach im Internet eingeben. Hier. Das ist Moment. Die nationale steht hier Library of Medicine. Also hier findet man die ganzen Studien. Einfach pubmed.gov. Das findet man. Und wenn man da Thiamin eingibt hier, dann findet man allein über das Vitamin B1 19.397 Studien und Ergebnisse. Und ich habe das hier einfach ein Übersetzungsprogramm hier reingemacht. Dann kann man das auch auf Deutsch lesen. Die sind alles sonst alle auf Englisch. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Wer da interessiert ist, da gibt es mittlerweile, das hat es schöne, genügend Studien drüber. Also, es war mal ein kleiner Beitrag von mir über Vitamin B1. Finde ich extrem wichtig. Und ich wünsche euch allen ganz viel Gesundheit. Und schaut mal auf eure Ernährung und schaut mal, ob ihr genügend, ob du genügend Vitamin B1 zu dir nimmst. Vielen Dank. Ciao. 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 Ciao.